Original Multiple Choice und die Frage lautet Einfachauswahl. Ein Einwilligungsvorbehalt ist fünf Alternativen. A. Ist ein Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit, der die freie Willensbestimmung ausschließt. B. Ist eine Regelung zum Umgang mit vertraulichen Patientendaten. C. Regelt, dass bestimmte Rechtsgeschäfte ohne Einwilligung eines vom Gericht bestellten Betreuers nicht rechtswirksam werden. D. Liegt vor, wenn der betroffene Art Bedeutung und Tragweite, also auch Risiken, der ärztlichen Maßnahme nicht erfassen kann. Und E. Regelt die zukünftige ärztliche Behandlung. B. Einwilligungsvorbehalt. Dieser Begriff kommt aus dem Betreuungsrecht. Es gibt ja die Möglichkeit, dass Menschen, die ihre Angelegenheiten wegen körperlicher Störungen oder seelischer oder geistiger Störungen und Problematiken nicht mehr selber regeln können, Betreuer zur Seite bekommen. Betreuungsinstitutionen, z.B. Betreuungsvereine, also auch Vereine, die jetzt z.B. ohne Geld arbeiten, also die, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eben diese Betreuung vorzunehmen. Das können Rechtsanwälte sein, das können alle möglichen Menschen sein. Also zum Betreuer kann jeder benannt werden, jeder vorgeschlagen werden oder jeder kann sich selber zum Betreuer vorschlagen oder derjenige, der betreut werden muss, kann eben auch diese Vorschläge zur Betreuung machen. Er kann sich z.B. ans Gesundheitsamt wenden und kann sagen, ich kann diese Angelegenheit nicht mehr regeln, ich fühle mich überfordert, ich bin nicht mehr in der Lage, z.B. genau nachzurechnen, ich habe also eine Einschränkung kognitiver Leistungen oder ich bin körperlich gebrechlich und brauche eine Betreuung an meiner Seite. Also ein sehr umfassendes Recht, das Betreuungsrecht, das sich natürlich auch aus anderen Rechtsquellen entsprechend nähert. Und insofern etwas sehr Komplexes. Und eine Betreuung kann man anregen oder wie gesagt, jeder Mensch kann zum Betreuer ernannt werden per Gericht. Das geht natürlich nur über eine Gerichtsentscheidung. Die Betreuungsgerichte sind in der Regel die Amtsgerichte, denen das obliegt als Betreuungsrecht. Und sie, die kontrollieren eigentlich die Betreuer, die eben diese zu Betreuenden betreuen. Das heißt also, es ist eine Obliegenheit der Gerichte, darüber Kontrolle zu haben. Denn sonst könnte ja jeder sagen, ich betreue jemanden und verabschiedet sich dann mit dem. Also immer dann, wenn es eine öffentliche Angelegenheit wird über die Gerichte. Natürlich kann man das familiär regeln und sagen, hör mal, du pflegst mich hier und mach das und wir machen keinen Aufwand draus. Und das muss nicht unbedingt über das Betreuungsgericht laufen. Aber wenn Betreuer bestellt werden, und das ist immer öfter der Fall, weil wir in einem Potenzial älterer Menschen leben in unserer Bevölkerung in Deutschland. Ein zunehmendes Potenzial, wo doch immer wieder Problematiken auftauchen, wo jemand betreut werden muss. Früher war das, bevor das Betreuungsrecht da war, ein Entmündigungsrecht. Da hat man jemanden entmündigt und sagt, er ist nicht mehr geistig in der Lage, richtig Entscheidungen treffen zu können. Er kann also diese potenziellen Entscheidungen, Rechtsgeschäfte und so weiter oder Vertragsgeschäfte nicht mehr richtig führen. Und dann entmündigen wir den. Nehmen wir mal an, jemand hat eine manische Störung, der wiederholt bipolare, affektive Störungen. Und dann hat man den früher vor dem Betreuungsrecht, dem bestehenden Betreuungsrecht entmündigt. Und damit ist er im Grunde genommen seiner persönlichen Rechte beraubt worden, was im Betreuungsrecht auch möglich ist, de facto. Also es gibt immer wieder Fälle, da dürfen Menschen zum Beispiel nicht mehr wählen. Sie haben kein Wahlrecht, weil sie eben eingeschränkt sind in ihrer Entscheidungsmöglichkeit. Das ist in vielen Fällen sehr problematisch. Das Betreuungsrecht ist also sicherlich nicht ein kompetentes Recht, sondern es ist ein unvollkommenes Recht, wie viele Rechtslagen auch, aber es ist eben ein bestehendes Recht, mit dem wir umgehen müssen. Und das Betreuungsrecht gibt eben auch im Vergleich zu dem Entmündigungsrecht die Möglichkeit, jemanden nur auf einem bestimmten Gebiet zu betreuen und nicht umfassend. Also er wird nicht umfassend entmündigt und damit eben nivelliert oder im Grunde genommen seiner Menschenrechte auch letztendlich beraubt oder all das, was da so dann auch passieren könnte im Nachhang, sondern es wird eben nur eine Betreuung für einen bestimmten Bereich ausgesprochen von dem Betreuungsrecht. Und dieser Einwilligungsvorbehalt ist etwas ganz Bestimmtes innerhalb des Betreuungsrechts. Und das heißt also, hier ist richtig, die Alternative C regelt, dass bestimmte Rechtsgeschäfte ohne Einwilligung eines vom Gericht bestellten Betreuers nicht rechtwirksam werden. Das heißt also, der Betreuer kann natürlich einen Einwilligungsvorbehalt geben und kann sagen, das möchte ich nicht, das geht nicht, weil ich habe ja für den zu sorgen auf dem Gebiet. Und das kann er nicht richtig entscheiden, da kann er sich auch nicht richtig verhalten. Und insofern willige ich da nicht ein, dass er zum Beispiel sich eine Kuckucksuhr kaufen wollte, eine teure für 10.000 Euro oder sowas. Oder irgendein Auto kaufen wollte oder einen Kredit aufnimmt bei irgendeiner Online-Bank oder solche Geschichten. Das ist eben eine Möglichkeit. Und da hat eben der Betreuende diesen sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Es entsteht oft das Missverständnis, dass der Einwilligungsvorbehalt von Seiten des Betreuten käme. Dass der also sagt, nee, das möchte ich aber nicht, ich möchte das selber entscheiden. Dann wäre ja die Betreuung gar nicht notwendig eigentlich auch. Und das ist natürlich fälschlicherweise. Der Einwilligungsvorbehalt kommt immer von Seiten des Betreuers, der betreuenden Institutionen für den Betreuten. Und das ist praktisch wie ein Veto, dass man da eingibt und sagt, das mache ich hier nicht mit. Und wenn wir jetzt doch die anderen Dinge argumentieren, die hier schon mal aufgeführt sind. Wir schlachten ja, wie gesagt, jedes Potenzial, also jede dieser fünf Alternativen aus und nehmen dazu Stellung im Positiven wie im Negativen, also im Sinne der richtigen Fragebeantwortung, wie auch der Argumentation dessen, was es nicht ist, aber was es dann vielleicht in anderen Zusammenhängen sein könnte. Und da steht hier die Alternative A, der Einwilligungsvorbehalt, wie gesagt, ist ein Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit, der die freie Willensbestimmung ausschließt. Diesen Begriff gibt es tatsächlich. Wir können eben, das ist ja Grund der Betreuung, durch einen Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit in der freien Willensbestimmung tatsächlich sehr eingeschränkt sein. Und das wäre ein Grund für eine Betreuung einfach auch. Das ist aber eben nicht der Einwilligungsvorbehalt. B ist eine Regelung zum Umgang mit vertraulichen Patientendaten. Das ist was ganz anderes. Das sind also entsprechende Vertraulichkeiten mit Daten, Datenschutzverordnung. Wir haben jetzt eben auch in letzter Zeit eine Anpassung nochmal in diesem persönlichen Datenschutz, der wesentlich ausgeweitet worden ist innerhalb der EU. C eben regelt, das hatte ich schon gesagt, eben das ist ja die richtige Antwort, die bestimmte Rechtsgeschäfte ohne Einwilligung eines vom Gericht bestellten Betreuer als nicht rechtswirksam wären. Das ist eben der Einwilligungsvorbehalt. Und die Argumentation liegt vor, wenn der betroffene Art Bedeutung und Tragweite oder Risiken der ärztlichen Maßnahmen nicht erfassen kann. Das ist kein Einwilligungsvorbehalt, sondern das ist eben eine Einschränkung der Erkenntnisfähigkeit, der Bewertungsfähigkeit, wenn jemand nicht in der Lage ist, eine richtige Entscheidung zu treffen aufgrund von bestimmten Gutachten oder Maßnahmen und sich nicht darüber im Klaren ist, was das bedeuten kann, was in der praktischen Rechtsprechung durchaus auch immer wieder problematisch sein kann, dann wäre das zum Beispiel eine Einschränkung oder auch eine vorübergehende Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit für eine gewisse Zeit, also temporär, weil man vielleicht in einem vorübergehenden psychotischen Zustand ist, im sogenannten Durchgangssyndrom hat und eben dann ärztliche Maßnahmen nicht mehr richtig erfassen kann, wo dann vielleicht ein Angehöriger die Entscheidung für diesen betreffenden Menschen dann übernehmen muss oder eben im Zweifelsfall dann ein Betreuer, vielleicht auch ein temporärer Betreuer das tun muss. Regelt die zukünftige ärztliche Behandlung, ist also auch das, was dann zum Beispiel eintritt in so einem Fall, wenn jemand nicht mehr entscheidungsfähig ist und auch keine Angehörigen da sind oder eben Angehörige oder Personen zum Beispiel bei einer Vorsorgevollmacht benannt werden, die dann diese Entscheidung anstatt des Betreffenden treffen, weil sie eine Vorsorgevollmacht von demjenigen haben, die notariell hinterlegt wurde. Also das mal zu dieser Argumentation, zu diesen Möglichkeiten, zu diesen Themen, die hier angesprochen sind, die wir argumentieren können und mach es dir zur Angewohnheit, die Multiple-Choice-Fragen so zu bearbeiten, dass du alles recherchierst, alles dir aufschreibst, entsprechend in Büchern nachliest, unterstreichst, Internetrecherche machst, argumentierst, beschreibend dir aufschreibst und so lernst du diesen gesamten Stoff der Störungslehre und natürlich auch der psychotherapeutischen Möglichkeiten oder wie hier den Fall des Betreuungsrechts im Laufe der Zeit anhand der originalen Multiple-Choice-Fragen. Das ist also eine sehr einfache Art, mit dem Stoff umzugehen und sich dem zu widmen und damit eben zu arbeiten.